und weiter geht's unser projekt für heute heißt ganz groß wie heißt es weiterbauen weiterbauen du wolltest dich doch um deine um deine ich brauche um meine seifenproduktion dass ich meine stinkenden bürger los werde richtig richtig also erstmal schweine ich müsste vielleicht auch mal eine polizeistation bauner ich komplett vernachlässigt habe ich noch gar nicht siehst du weil du wirst herstellen da muss ich erst mal gucken ich meine kann man vernachlässigen muss ich mir genau gucken wie ich die einbau das mir gefällt kann man so eine sache gar nicht irgendwo irgendwas im bau muss ja auch gescheit aussehen okay dann können wir noch mal eine ziegeleih bauen das ist blöd so so ziegeleih zu klein wo war so da war so das ist ja auch genau rein wobei man auch die eisenprodukte obwohl das blöd ist war doch zeit meine bretter sind voll meine auch das muss man verkaufen ist aber irgendwie gibt es nicht irgendwie händler oder so die die auch mal vorbeikommen war bei dir schon mal jemand die freien händler aber verkaufst du offiziell was ach so ja vielleicht liegt daran weil ich habe jetzt mal angefangen die sachen zu verkaufen weil ich habe hier ein paar sachen überfluss weil ich auch gleich machen müssen wolle holz und leben gibt es bei mir was nicht auch irgendwie eingeben ist ja bis wir die 50 getroffen hat ich gucke noch mal ob ich jetzt erhalten da was anbieten kann von wegen handeln und so die denken gar nicht dran die kartoffeln gehen immer noch unter der fisch das kann aber nicht sein aber was soll es dann noch mal holl es sein so die Oh so wenn sie jetzt kleiner meckern aber sie oder mehr kann eigentlich gar nicht sein profilaktisch kleiner ein paar schwein nichts eisen fehlt mir tatsächlich dann werde ich wohl die eisenproduktion anfangen geht bei dir ja flugs ja alles ich muss mich daran orientieren was meine bürger von mir verlangen ist auf jeden fall so jetzt schauen wir mal was wir verkaufen können hier 122 mal holz da können wir auf jeden fall verkaufen so 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 Schauen wir mal, ist die Werkspionage bei dir drüben? Werkspionage war's? Weiß kein... Was geht wohl los? Hier brennt's doch bei dir irgendwo, oder? Wo denn? Das klang nur so. Das klang nur so. Ich wollte schon sagen, hallo? Wo brennt ihr? I'll shoot. Das klang nur so. Das klang nur so. Das klang nur so. Was ist das? Ich bin sofort wieder da Ja Das ist vielleicht eine sehr altmodische Art und Weise hier in meiner Stadt zur unkonventionelle Art und Weise aber es funktioniert Das ist doch am Ende des Tages, dass das zählt Das können sie auch ja Die werden sie freuen, wenn sie als ein- und ausziehen müssen, die Jungs Das können wir aber auch mal weg machen, oder? Das sieht doch blöd aus ja Es geht doch schon wieder los wie gestern Was denn? 745 normale Bürger und 180 Arbeiter Tschüss Du hast zu viele... zu viele Leute Ja Gut, bauen wir erstmal keine Häuser Die Leute verkauft sich auch nicht, weil Kinder kommen Ne, irgendwie kommt keiner Haben wir die nicht mit eingefügt oder so, oder? Warte mal Wir müssen mal rumfahren Fahr mal ganz nach Süden Ja, ich fahr auch mal Ja Fahr du nach... Ich fahr nach Süden, genau Und du wärst noch außen Schau Ugh some Ah hat Okay. Watch your fingers, lad. Watch your fingers. 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 Ich gehe es nicht mal. Bei mir ist noch Nebel. Ganz unten nach rechts. Also ganz im Süden ist es. Ich glaube, mein Schiff sinkt. Ich komme hier nicht mehr Leben weg. Alter, die hier. Ich glaube, das war's. Da geht mein Schiff da hin. Endeavor. Die Endeavor sinkt. Die Endeavor sinkt. Ach, du schreck. Guck mal, was ich entdeckt habe. Zack. Ah, Tokak, was ist das denn? Das ist das denn? Oh, der ist ja nicht. So, mein Schiff ist tot. naja es also i need something to plant my rage on that blooming turnip was the size of her head i need something to do i need something to do Das Fisch, boh, he smells good to us. Das Fisch, boh, he smells good to us. Die hat eine neue Insel besiedelt, die Bintay Yorkson. Ja. Die treut sich was. Ohne uns zu fragen. Kann doch nicht wahr sein. Bei mir ist wieder mal Holz knapp. Wobei, ich kann doch einfach noch mal ein Dings bauen. Eine Bretterhütte. Genau. wo meine stadt wird auch langsam echt groß aber ich glaube es ist immer noch nicht so flächig wie deine ja ja wie viele leute hast du ich auch 1831 bilanz 21 wie viel ich habe 1000 ach ja gerade ist ja das macht sind ja da passt ja viel mehr auch ins haus einer mehr pirates prävier irgendwas habe ich hier gerade mit piraten kam gerade ein banner wir reifen mich jetzt an da hat mich sind der herrliche nehmann schiff ist tot die haben manche versenkt ach so ja gut auch so na gut ja war ja nur das einzige schiff was ich habe der mainz ist auch noch nicht zurückgekehrt da ist es über die ecke oben deswegen habe ich jetzt am hafen ein paar zwei kanonen hingestellt eine die andere ist ein blueprind wenn noch ein paar steinchen was ist hier los ich habe eisen voll ja alter mein eisen ist voll aber halt nur das roheisen also das erz das ist ganz schön dreckig die industrie hier diese eisen industrie das muss man schon mal sagen wir sind na gut aber ja wieder mal ist wieder mal soweit steht wobei da muss man nachholen bei der nächsten folge dass das ein bisschen schneller vorangeht vielleicht noch mal eine coelerei kauf bauen hier und dann schauen wir mal unsere stadt steht jetzt auch schon relativ gut da wenn wir auch platz schon zum anbauen schon gemacht aber momentan aber noch genug arbeiter und